Und willkommen zur nächsten Folge. Mikrofon activated. Sind das jetzt Bonus-Dinger oder was? Ja, mal gucken, was das ist. Einfach angucken. Ein altes Dokument, 25. Ah ja. Soja, du hast nie erzählt, was du eigentlich gerade getan hast, als Trine dich holte. Bestimmt wieder was Verbotenes. Es ist nicht verboten, verlassene Ruinen zu betreten. Ja. Ah, der will vielleicht so Mini-Geschichten. Ja. Das kann sein. Ich sollte dort etwas für eine arme, alte, blinde Frau beschaffen. Ein altes Dokument. Ach, wir sind alle Soja. Die Geschichte, die ihre Urgroßmutter verfasst hatte. Ich bin weiß. Oh. Dafür bin ich schwarz. Ich bin nicht Assassin's Creed. Nee, halt schon. Das habe ich mich auch gerade gefragt. Und, das bringt ja gar nichts. Ähm, sollen wir jetzt hier runter, oder? Ich habe Angst, dass ich sterbe. Ach, man hätte es ziehen können. Ja, falsch rum. Jetzt dringen wir in die falsche Richtung. Hallo. Wer hängt sich da so faul ran? Niemand. So. Alter, wer macht das lose? Ja, das sollen wir doch. Muss? Warum? Oh. Tschüss. Boah. Weil wir das da durchgerammt haben. Ihr könnt euch durchhangeln. Ich dachte, wenn man was gesehen hätte, ob wir da landen. Guten Tag. Weiß man schon, wer mit Soja nicht klarkommt. Ähm. Okay. Ach, das sind so Level, damit man mit denen ein bisschen interagieren kann. Ja. Und loslassen. Boah, schiebe. Geh. Denk der Wangen. Halt, da ist noch ein Ding. Irgendwer holt das schon. Was? Da hinten? Nee. Hä? Ui. Ist jetzt zugegangen, weil das tut das gut ist? Ist jetzt offen? Nein. Nein. Ich bin offen. Ui. Ui. Das klingt gar nichts. Ich dachte, dass das vorhin offen war da oben. Und hier hinten war nichts. Ah, ist vielleicht offen, weil hinten irgendwas... ...irgendwas aktiviert? Nöö. Nö, hier kann man nichts aktivieren. Sieht nicht sehr aktivierig aus hier. Aber irgendwo dazu muss doch vielleicht... Warte mal. Muss ich unter den Wagen hängen? Weil da unten auch... Ah, das kann sein. Das ist auch so ein Haken. Dann schubsen wir den nochmal vor. Und tschüss. Ja. Wir hatten den Wagen da festgemacht. Das kann lustig werden hier. Nein. Ja. Warum? Nein. Genau. Irgendwie komisch. Ja, das ist eben das... Wir warten mal auf dich, ne? Malalalala. Ach, ihr... Ist doch weit hier. Wer kommt da mit ihr nicht klar, hä? Na du. Hab wir noch gesehen. Ah, aha. Jetzt haben wir da einen. Weg mit den Seilen hier. Schlimm. Jetzt haben wir hier ne Kiste. Okay. Die Kiste brauchen wir. Für irgendwas Tolles. Genau. Zieht meine Sklaven. Zieht. Da kommt ne neue Kiste sogar. Ja, falls sie hier kaputt geht, denk ich mal. Ja. Ahem. Dann da hin, wahrscheinlich. Und... Schubsi. Wahrscheinlich hier drauf, oder? Ja. Ich denke mal. Ja. Technik. Verscheißert. Ja. Technik wie Verscheißert. Sonne. Könne ich nicht. Erstmal draufschießen. Was? Wer hat mich da abgeschossen? Ich nicht. Zum Glück. Warum schießt ihr mich ab? Ah. Echt mal. Ah. Verdammt. Ihn Ups. Sagt er ihnen in deinen Abschied. Tut mir leid. Ich würde die Bögelchen abschießen. Das Spiel führt mich zum Riesensmaragd. Ja. Riesensmaragd. Klingt gut. Warst schon fertig? A friend of Poet. 25 von Poet. Ja. Dann machen wir doch noch ein Minispiel. Jo. Rotes bestimmt Amadeus. Ja. Nee. Das denk ich auch. Pontius denk ich auch. Bestimmt. Ja. Pontius. Ja. Das musst du bloß an den kleinen Teilen dann... Lass uns etwas Spaß haben. Sehen. Ähm. Die Zahnke an der Ranke. Musik hört sich nicht unbedingt nach vorne an. Das macht Spaß eigentlich so hier. Oh Gott. Ja. Jetzt. Welcher bin ich? Keine Ahnung. Also ich bin hinten. Wie so ein Fußballspiel? Oder? Also einfach durchmoschen? Ja. Das finde ich gut. Ja. Einfach durchmetzeln. Ja. Das wird zur Abwechslung mal ganz gut. Ein Ritter muss eben auch mal... Wow. Ui. Elono. So mag ich das. Ja. Elono. Wow. Das war schwer. Schnell. Das war schon ein Donner in den Achievement. Guck. King of the Jungle. Was? Ihr habt ein Achievement? Ja. Ja. Schweine. Wir kriegen für jeden Blödsinn ein Achievement. Echt? Hier stimmt euer Steam Overlay geht, ne? Ja. Ja. Ein Steam Overlay geht ja nicht. Vielleicht deswegen. Ja. Dann siehst du es vielleicht noch nicht. Ja. Aber du siehst... Ich bin ein Magier. Ich bin ein Magier. Ach, das war dein Dritter hier. Na gut. Also vielleicht kriegen wir die ganze Zeit Achievements gut. Ja. Ich vermisse die Zeit, als das Artefakt uns einfach dorthin gebracht hat, wo wir hin mussten. Ein bisschen zu viel Fußarbeit für meinen Geschmack. Pass auf, da ist ein Loch im Boden. Was für... Ja, da war Pontius verschwunden. Ach, jetzt sind wir wieder Pontius. Teufel auch. Ja. Okay, also nach Farben können wir nicht gehen. Wird schon klar. Doch, war doch dieselbe Farbe, oder nicht? Ach ne, Rot war ja Farben. Ja, deswegen. Oh, ich bin ein dunkler... Hier vorne ist noch ein Lila. Ich bin ein lila Ritter. Ich bin ein lila Ritter. Das ist so geil. Da freut sich. Ich bin so geil. Du bist ein Teufel. Absolut. Ähm, ja, schweben. Ja. Ich vergesse das, was der jetzt kann. Da war ja... Äh, na gut, da war Ende. Irgendwie. Hi. Huch. Ein Monster. Das ist das Lustige, ich kann nicht beleben, schon bevor du da bist. Ja. Ach. So, jetzt haben wir ne Kiste. Gut. Jetzt haben wir ne Kiste. Ja. Mit der können wir irgendwas tun. Ja, da hoch rippen. Achso, stimmt. Was wird's sonst damit tun? Stimmt, der kann ja nicht viel. Wir müssen's kaputt machen. Da können wir irgendwas tun. Entschuldige. Ja, nee. Ich hab vergessen, dass wir die beschränkte Krieger sind. Der eingeschränkte... Der beschränkte Krieger. Ja, der beschränkte Krieger. Der beschränkte Krieger, ehrlich. Huch, da hinten kam jetzt schon wieder ein Vieh. Ja, los. Ab. Werft irgendwas. Trau dich. Boah. Doch, da hinten ist noch so'n Ding. Los, komm, die dicken Finger. Sehr schön. Ach, hi. Wie ist das Tor jetzt aufgegangen? Äh, in dem du von dem Teil runtergegangen bist? Achso. Ja, da stand sonst vorher so'n Monster drauf. Ähm. Ach, ich hab's. Oh, ich hab kein gutes Gefühl. Wieso? Nee, andersrum. Achso. Ja, so. Genau. Lol. Hätte ich zumindest gedacht. Nee, wir müssen das Ding hier aus dem Weg kriegen. Ja, aber was ich schon sagen. Na, so nicht. Auf die andere Seite. Ach, vielleicht so? Ja, wir müssen zurück. Und dann muss das Wagen durch. Gibt's jetzt mit dem Wagen, oder? Ach nee, der hängt da. Nee, dann muss er oben drüber. Warte. Ah. So, und jetzt... So, ja, 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 nein, weiter. Ja, verdammt. Verdammt, nein. Ja, warte doch. Ganz ruhig. Ja, gut, jetzt mal wieder runter. Wer weh ist. Jetzt. Ich bin Lilla. So spät. Okay, nochmal. Mach mal. Ja, das ist ja gut geflogen. Ja, das ist ja gut geflogen. Jetzt nochmal einen Wagen. Ja, geh doch. Auf ihn, auf ihn. Uns darüber bringen. Oh, okay. Ja. Oh Gott. Hilfe. Ja, dieses 3D, ne? Puh, ja. Ja. Also, Toffra, jetzt kann ich langsam verstehen, warum sie gemeckert haben. Ja. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Oh Gott. Oh, cool. So was liebe ich. Ach, das hält sogar an, wie langweilig ist das denn? Ja. Das ist dann ein bisschen doof. Puh! Oh, okay, wir dürfen nicht auf den Stacheln landen. Ja. Von wegen ist halt an. Offensichtlich. Das hört gar nicht an. Da hält nix an. Ja, da hält nix an. Es wirkt am Anfang so. Ja, dachte ich auch, aber das war ein Fehler. Mist. Ey, ich komm mit dem 3D nicht. Aha. Dann noch so ein krasses Ding hier. Na, ob ich immer zu dem ankommen? Na, irgendwann schaffen wir da. Ja. Ne, du musst wirklich hier das Ding mitnehmen, du kannst ganz überspringen. Ja. Das Problem. Na, das sieht gut aus. Puh. Puh. Jetzt geht's vorwärts. Ja, du musst vorwärts irgendwann. Jetzt vorwärts los. Vorwärts. Da hinten. Jetzt hinschwingen. Ja. Ach stimmt, man kann ja auch schweben. Ja. Ja. Ja, man kann schweben. Fällt dir früh auf. Was zum... Das war ich. Ich dachte, ich könne was kaputt machen. Aua. Hier guckt ihr diese komische Seele da an. Yes. So macht man das. Ja. Und jetzt sammeln wir bitte noch die Punkte. Waren da noch Punkte in den Dingern? Ja. Ich hab da keine gesehen mehr. Ach da. Okay. Da müssen noch... Beim letzten. Uns fehlen noch zwei. Ach, Mist. Ja, einer ist hier. Ah, der andere ist auch noch hier vorne. Echt? Hm. Der kommt. Nee, ich hab grad eingesammelt. Da hab ich eingesammelt. Dann war das das Licht. Dann sind hier vielleicht alle weg. Na, haben wir einen übersehen. Wird ihr eventuell? Dankeschön. Was? Ja, fehlt uns alleine. Vielleicht hier lang. Vielleicht hier lang. Holy moly. Holy moly. Oh man. Haben wir noch mehr? Nee. Ach, da haben wir noch eins. Äh, nein. Ach. Ach, das ist jetzt auch schon angegangen. Okay. Pontius. Pontius, ja. Schon wieder. Einfach so ein Loch im Boden zu lassen. Da kann doch jeder runterfallen. Ich hab noch immer keinen Weg nach oben zu Amadeus und Soja gefunden. Okay. Sieht nach einer verlassenen Mine aus. Das heißt, es muss auch einen verlassenen Eingang geben. Ähm. Äh, ja. Wir müssen da außen lang? Echt jetzt? Mist. Jetzt mitgenommen. Und die wollen das halt 3D halt auskosten, ne? Ja. Äh. Äh. Aber. Hm. Ach, ich laufe immer. Ja, ernsthaft. Nein. So macht man das. Ach, kann der auch so einen Doppelsprung? Natürlich. Können die alle, glaube ich. Nee, das können alle. Ach so. Ich dachte, das kann nur die Ninja-Assassin. Warum ruckelt das jetzt so rum? Alter, was ist das hier so? Ich glaube, wir sind da drauf wie glücklich wie sonst worden. Jetzt fäng ich an. Hä? Was tust du da? Sehr seltsam. Ähm. Hallo. So ist das Ding fein. Ich will nicht. Warum nicht? Ich fliege einfach mal rüber. Ich bin auch Dealer vom Gegner. Geht nach. Kaputt machen, das kann ich. Aua. Bork. Immer alles schön zerstampfen. Fächtig, nimm was raus. Ja. So, erst mal liegen. Blockiert wie das ist. Steig genug für dich. Ich bin so schnell. Komm schnell. Ja, langsam drehen. Erst nicht. Na, noch dreht sich's. Na, ich versuch's. Langsam zu drehen, so. Ah, okay. Ja, den hier oben hab ich auch. Also kommst du jetzt hoch? Ja, noch dreht es sich hoch. Wollte du sagen? Ja, noch dreht er sich. Ach, ist hier drin nichts, ne? Nee. Nee. Doch, da war was. Den hab ich aber schon. Ein bisschen. Ja, der kann es nicht dringen. Dumm, 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 dumm. Die sind schon normalen Geschwindigkeit. Das bleibt er stehen. Ja. Ich warte drauf erst kurz davor, irgendwie. Er muss immer nur auf die äußerste Wand. Ja, genau. Dann dreht er sich gianz langsam. Nee, er dreht sich auch so langsam. Ist halt nicht stehen geblieben. Kann ich jetzt hier schon springen, oder? Nee, noch nicht. Nee, nee, noch nicht. Boah, nee, das bringt nichts. Ich muss echt schneller. Ja, dann machst du das Problem. Nein, los, jetzt spring. Ja, ich dreh es jetzt einfach nur ein bisschen schneller. Vielleicht wird es automatisch wieder langsam, wenn er aufhört. Jo. Stimmt sogar. Nein. Der hier. Na doch, er wird langsamer. Ja, aber langsam, langsamer. Ja. Äh, bestimmt stampfen. Ja, erstmal. Genau. So. Jetzt können wir starten. Es bringt uns nur noch nichts. Was? Ich laufe immer. Drücken wir zu lange. Bleibt nur kurz. Ach, dann bist du schon gesagt. Hallo. Ach, ich sehe nicht, wo ich bin. Ich aber auch nicht. Also, das ist schon wieder so ein Fahrzeug. Ja. Der muss bestimmt hier hoch. Nee, der kam ja von da oben. Was? Echt? Nicht gesehen. Aber wir müssen, den müssen wir weiter kriegen. Ja, und dann musst du wieder hoch. Hat Sarah schon recht. Ja. So, und dann geht er auch weiter. Oder nicht? Dann schieb den einfach mal drauf. Was passiert denn, wenn ich jetzt so rummache? Oh Gott, der ist ja so schwer. Nix. Ach, der muss... Ah, der muss hier oben rauf. Das ist so ein Rang. Ja, aber wie? Au, Mist. Könnt ihr den nicht schieben? Das war ja. Hast du das mit einem brutalen Gegenraum? Geht das? Nee. Hm. Nee. Nee, da ist ja die Blockade. Der muss da oben rauf. Da ist ja so eine Rampe, siehst du das? Ja. Wo man die drauf steht. Da muss er hoch. Aber wie? Er bleibt ja eigentlich nur, dass wir den hier drauf und dann... Ups. Äh. Da fehlt aber irgendwas. Nein. Oh, jetzt bin ich wieder runtergefallen. Scheiße. Danke. Tudu. Hilfe. Wie schnell. Wie schnell. Du bist mir schnell. Puh. Puh. Nee, aber das bringt gar nichts. Das ist viel zu schwer da. Da bringt doch so kaum was, ne? Ach, vielleicht soll der da hin? Vielleicht soll der drunter? Nee. Und dann? Das? Ja, keine Ahnung. Nee, das ist ja Blödsinn. Ja, probier mal. Probier mal hoch. Das ist ja Blödsinn. Das ist ja eine Blockade, dann. Komm doch mal hoch, das Ding. Moment. Schieb mal ganz kurz hin. Ach, dieses Dreieckige. Äh. Ähm, zu dicht. Der rollt zurück. Diese 3D-Ansicht. Hilfe. Ne, zu vorne. Jetzt kannst du. Hm. Ähm. Doll. Hat das jetzt gerade rumgeglitscht bei mir. Ja, der hat, der ist gerade zurückgeglitscht. Hä? War nicht einfach so hoch? Ja, wie denn? Hier wird sie dann hoch. Ja. Deswegen. Das Wagen muss irgendwie da hin. Sein könnte, dass man an der Wand so hoch kann. Aber, ne. Waaah. Hm. Vielleicht mit den Stampfen. Nö. Der bewegt sich dann leider nicht. Na doch. Warte mal, was ist? Ne. Ach. Ich bin mir zu lange. Das stehe ich auch nicht. Autsch. Mist. Ja. So macht man das. Rübergeglitscht. Ja, mit Hochglitschen geht's. Jawoll. Nee, mit Hochstampfen. Und gleichzeitig hauen. Deswegen. Müssen wir dich wiederbeleben. Ich schätze schon, dass das geglitscht war. Wir sind fertig. Ja. Nee, ich glaube, das war Absicht. Einfach ruhig. Na gut. Jo. Jo, da ist das Licht. Das ist die Kamera nicht umgesprungen, weil wir hier vorne waren. Ja, aber wir müssen echt alle da sein. Ich muss mal eben auf Toilette. Aber ich war ja bei dir, deswegen war ich. An Exit Strategie. Ja. Ja, dann haben wir die Multi-Spiele auch erstmal. Glaube ich. Ah, nein, da kommt noch eins. Aber das machen wir später irgendwann. Ja, mit Lauffern. Mal weiter, oder? Verstehe. Ja. Jetzt darf das wir nicht sehen, was das Level ist, oder? Ja. Also ich sehe es nur. Ich kann gerne auch mal den Titel sagen. Ähm, Amadeus. Wow. Mikrofon muted. Na gut, da die Little Rose auf Toilette ist, machen wir sowieso eine Pause. Und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss. Bleibt ja ein bisschen Bambus. Euer Paragon. Und wir sehen uns im nächsten Mal.